Hallo liebe Mosacher, viele kennen mich von euch. Wer mich nicht kennt, der wird mich öfters jetzt im Fasching wieder sehen. Das ist ja jetzt eine laufende Saison. Beim Mosacher Brettl sieht man mich auch öfters. Ich grüße alle, vor allen Dingen, dass sie gesund bleiben, dass sie glücklich sind. Ja, einfach, dass dieser Stadtteil so lebt, wie er jetzt lebt und vielleicht noch besser wird. Und einem wünsche ich ganz was Besonderes, dem Alexander Reißl, dass er es doch schafft, bei der nächsten Wahl zum Bürgermeister von München, dass er diese Wahl gewinnt. Das wünsche ich ihm von ganzem Herzen. Mich verbindet eigentlich mit Mosach eigentlich das Leben. Ich kenne Mosach schon über 30 Jahre. Ja, ich habe sehr viel Freude mit Mosach. Ich bin auch bei der Mosacher SPD, bin ich auch. Ja, ich war 2004 war ich Prinz von Mosach und daher kenne ich natürlich sehr, sehr viele Leute. Mich freut es, dass die U-Bahn eröffnet worden ist. Mich freut es auch, dass hoffentlich der Brunnenball kommt. Und ich wünsche mir auch, man sieht es an meinem Emblem, ich wünsche mir auch, dass es doch noch gelingt, die Olympiade, die Winter-Olympiade 218 nach München und Garmisch-Rattenkirchen zu machen. Musik